So, herzlich willkommen zurück auf dem Schlachtfeld, diesmal gegen Thorgrim Grollbart. Ich habe schon mal soweit jetzt die Schlachtenwiederholung vorgespult, dass wir hier schon die Einheiten von Helman Gorst und von Isabella von Karstein aufgestellt haben. Man sieht es hier, unsere Kavallerie, wir können ja nicht mal auch den Pauseknopf weglassen hier. Sieht man hier, die Sensenreiter sind ja relativ hübsch. Und die ganz normalen Ritter habe ich halt auch nochmal eingesetzt. Und jetzt setzt sich das alles in Bewegung. Und wir können ja mal rübergucken zu den Zwergen, wie es bei denen so aussieht. Also hier Thorgrim Grollbart hat natürlich wieder seinen nervigen Gyrocopter dabei. Und die Hammerträger, die tun halt echt weh, die sind echt übel. Hammerträger und Hammerträger und da ballern sie auch schon die ersten Salven auf unsere Einheiten mit den Orgelkanonen, die tun ziemlich weh. Man sieht es hier. Ich habe die Kavallerie dann einfach mal frontal in den Gegner reingeschickt. Kann man hier schön sehen. Die Kavallerie kommt immer näher. Die Musketenschützen feuern, als gäbe es kein Morgen mehr. Und hier kommen sie jetzt gleich, die Vargeists, und dann geht es aber ab. Guckt euch den Granatenhagel an. Aber die lassen sich davon gar nicht beeindrucken, sondern rein da. Alter, dieser Granatenregen, Alter. Und das war ein Seelenwind gerade, mitten in die gegnerischen Einheiten rein. Das war sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt die Kavallerie quasi nur einmal für den Ansturmbonus genutzt und habe sie dann wieder rausgezogen. Und ihr seht, die haben noch relativ viele Modelle. Weil die halt auch nicht so sehr betroffen sind vom Schaden direkt frontal. Hier unsere Kavallerie stürmt vorne rein. Wäre normalerweise glatter Selbstmord. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, ich muss im Grunde die gegnerischen Kanonen so lange ablenken, bis meine Hauptmacht endlich da ist. Wir sehen es hier. Unsere Infanterie gibt sich ja sehr, sehr Mühe. Aber das braucht halt, bis die da ist. Die ganzen Gespenster und so weiter. Und hier sehen wir schon, die Vargeists sind auch schon da. Der Gyrocopter liegt auch schon am Boden, ist auch schon kaputt. Und ja, die Kavallerie hat schon auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt. Thorgrim Grollbart, Alter. Man sieht das halt hier. Also die Hammerträger machen ziemlich Gulasch aus unseren Truppen. In Kombination mit diesen scheiß Sprengladungen. Aber die leben zum Teil immer noch. Ja. Das war es mit der Kavallerie. So, hier haben wir dann noch... Was haben wir da geskillt? Ah ja, das Gauners Scherbe, genau. Und jetzt prallen die Linien aufeinander. Ihr seht es ja hier. Wir sehen, die Vargeists haben aber relativ erfolgreich die Kanonen hier zum Teil gefokust. Und jetzt geht es aber richtig ab. Hier, die Kavallerie lebt sogar noch. Hier, die Frostgeister. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Hier geht es richtig, richtig ab. Und hier, die Frontlinie wird komplett in Stücke geschossen. Diese scheiß Sprengladungen. Aber sie treffen teilweise auch ihre eigenen Leute. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Alter, guckt euch das an. What the fuck? Hier habe ich die Klinge der Todesqualen gerade mal reingeskillt. Hier wird aufeinander draufgehauen. Hier sind noch ein paar Ritter übrig. Die Flammenkanone ist leider immer noch am Leben und lötet da ordentlich rein, oder? Ah ne, das waren die Sprengladungen. Okay. Aber wir sehen hier, wir sind jetzt in der Lage, die im Nahkampf zu binden. Und die Wahrgeist kloppen da rein, als gäbe es kein Morgen. Auf der anderen Seite sehen wir auch hier wieder die scheiß Sprengladungen von überall. Das sind halt die Eisenbrecher, die richtig wehtun. Hier vorne sitzt Thorgrim Grollbart inmitten unserer Verfluchten und metzelt sich durch. Wo ist eigentlich Helmann Gorst? Ach hier! Helmann Gorst auf seinem Leichenkarren. Sehe ich das... Alter, guckt euch mal das an. Wie eklig ist das denn bitte? Die Leichen bewegen sich ja sogar noch. Also eigentlich sind das ja dann keine Leichen. Äh. Die Gespenster hauen wieder ordentlich rein. Und hier kommt nochmal Ansturmbonus von hinten. Alter, überall brennt's, ne? Hier, die Verfluchten hauen nochmal rein. Thorgrim Grollbart metzelt sich durch unsere Einheiten durch. Alter Falter. Die fliegen halt auch weg, ne? So, wie sieht's woanders aus? Die Vagas kloppen sich hier zusammen mit unserer Kavallerie. Und da kommt die Verstärkung. Da kommen weitere verfluchten Einheiten raus. Hervorragend. Hier in der Mitte hat sich's weitestgehend aufgelöst. Die Kanonen sind kaputt. Das heißt, die werden jetzt benutzt hier, um die restlichen Hammerträger zu flankieren. Und seht ihr das? Die Hammerträger, so schwer gepanzert und so fett bewaffnet, wie die auch sind, haben gegen die, gegen die Sensen-Infanterie hier überhaupt keine Chance. Weil die körperlos sind. Weil die den meisten körperlichen Schaden einfach ignorieren. Hier hab ich dann nochmal hier so'n Windstoß reingecastet. Also da geht's richtig ab. Da hinten... Och Gott, da standen unsere Königstein-Wiedergänger auch noch einfach rum. Wir hatten hier eigentlich schon alles erledigt. Hier ist noch ein Blob. Und der flieht jetzt dann auch langsam. Und hier sehen wir auch, Tork im Grollbad kann auch nicht mehr. Die Schlacht ist eigentlich gewonnen, oder? Ja, die Schlacht ist entschieden. Wir sehen es hier. Die fliehen jetzt alle. Da passiert nichts mehr. Aber das war jetzt ganz, ganz wichtig. Und hier auch dieser Gyrokopter hier. Den haben wir weggehauen, ohne dass er auch überhaupt nur einen Treffer landen konnte. Wir können ja mal sehen, naja gut, hier 24 Kills waren jetzt nicht so wahnsinnig krass. Die Vaga ist es wiederum mit 36 Kills. Immerhin. Wir können ja mal gucken, wer so'n bisschen abgeräumt hat hier. Helman Goss hat 61 Kills. Ich glaube, das war wegen seinem Seelenwind. Oder der... Konnte der Seelenwind? Jetzt muss ich gerade nochmal... Wollen wir mal kurz gucken hier. Ja toll, das kann ich jetzt wieder nicht sehen. Naja, egal. Isabella... Isabella hat zwei Kills. Naja, gut. Also die habe ich auch eigentlich nur genutzt, um gegnerische Einheiten in der Luft. Quasi zu binden. Hier, die Verflucht mit zwei Waffen mit mir in 35 Kills. Gar nicht mal so mies. Ja. Also wir haben durchaus ordentlich was rausgeholt. Hier Helman Goss, glaube ich. Oder Isabella. Einer von beiden hat auf jeden Fall Thorgrim Grollbart gerade erledigt. Die sind auf jeden Fall durch hier. Ja, wir sehen es. Also hat auf jeden Fall gut funktioniert. Die Speerträger hier haben natürlich nicht so viele Kills. Aber die Gespenster. Guckt euch das an. Die Gespenster sensen hier richtig durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ja, das ist schon... Das ist schon heftig. Also auch die Wahrgeists hier... Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann auf der Kampagnenkarte gleich wieder. Weil das war jetzt dann doch relativ spaßig. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. An der Stelle. So, damit sind wir wieder auf der Kampagnenkarte. Und... Ja, was soll man sagen? Der gute... Der gute Thorgrim Grollbart ist ziemlich am Arsch. Helman. Ich glaube, du weißt, was zu tun ist. Mach mich stolz. Ah, wir dürfen sogar noch hier mit der Garnison zusammen angreifen. Na, das brauchen wir nicht selber machen. Sehr schön. Sehr brav. Ja, Gefangene brauchen wir nicht unter... Ach komm, wir bringen die Gefangenen alle um. So. Rekrutieren kannst du dir hier nix großartig, ne? Warte mal. Wenn du hier rüber gehst... Kannst du dir hier was rekrutieren? Na, Tote erwecken kannst du nicht. Ah, du könntest ja sogar was rekrutieren. Jetzt lass mich mal überlegen. Ich meine, wir haben Geld übrig. Überhaupt keine Frage. Ein bisschen Geld haben wir auf jeden Fall übrig. Wenn wir sagen... Er rekrutiert sich jetzt dreimal die... Ach fuck, da muss der vier Züge warten. Ja gut, okay, das geht ja... Logischerweise, das geht ja nicht parallel. Parallel. Ja, aber ich würde sogar sagen... Eher wahrgeist. Obwohl... Ach komm, wenn wir eh so lange warten müssen... Dann kann er auch... Dann kann er auch da stehen bleiben. Es ist mir egal. Von mir aus. Ich brauche den jetzt erst einmal nicht. Gut, dann schauen wir mal hier. Den haben wir schon verfolgt. Was ist in Nagenhof? Können wir in Nagenhof irgendwas bauen? Ja, ein Galgen. Oder ein Hexenfeuerbrinne für mehr Korruption. Ach komm. Hier, mehr Einkommen ist immer gut. So, was ist hier wieder das Po? Ah, toll. Wir haben jetzt hier demnächst wieder eine Rebellion. Es ist doch wirklich... Ich bin hier nur die Brände mit Manfred am löschen. Gut. Dann bauen wir hier noch aus. Dann gehen wir mal auf die Diplom. Nach dem Sieg dürfte sich doch da einiges gebessert haben. Na, schau mal einer an. Du willst ein militärisches Bündnis haben. Das kannst du gerne bekommen, mein Freund. Kannst du mir vielleicht noch... Ich frage nur mal so... Ein bisschen Geld geben. So. Ah, sie würden mir 500. Ist auch okay. Machen wir so. Na, also. Bitteschön. Dann haben wir noch so ein paar... So ein paar menschliche Handlanger. Das würde sogar eigentlich irgendwie auch ganz gut zu uns passen, wie ich finde. Ähm... Dann gucken wir mal. Was haben wir sonst noch? Harganev. Harganev hat uns ganz lieb. Hast du zufällig Geld für mich? Ne. Schade. Schade, schade. Na gut, macht nix. Dann... Gruftkönige. Ja, die mögen halt unsere Militäraktionen nicht. Das ist ein bisschen bitter. Ja, ist halt die Frage. Das ist halt wirklich so blöd, dass das so runter geht. Was ist mit euch? Ja, danke für die Kohle. Nice. Äh, wer weiß, wie lang es die noch gibt. Äh. Können wir eigentlich gerade mal gucken. Stimmt. Wir können doch eigentlich gerade mal schauen. Sartosa ist das Einzige, was denen noch gehört. Kemri hat sich das hier geholt. Okay. Schauen wir gerade mal, mit wem können wir... Gehen wir mal wieder nach Gesinnung, nicht? Ja. Meine Wahnsinn. Ich bin nicht sicher, ob ich dich mit dir ein Gespräch will. Oder einfach dich zu kümmern. Warum hast du das? Was ist denn los? Ihr habt mich doch total gerne. Ähm... Kannst du mal ein bisschen Geld geben? Ne. Ist wohl nicht so spendabel, der gute Herr. Ja. Ich bin die Strafe. Geht mich nicht in deinen Silvanien-Skröbeln. Suche Insignifikationen sind mir geholfen. Naja. Naja. Aber mit denen könnten wir potenziell wirklich alles machen. Das Problem ist halt nur, die sind so schwach. Und außerdem sind die im Krieg mit Kemri. Das mögen die sicher nicht. Dann... Was mit euch? Die mögen uns... Warum verschlechtert sich das jetzt? Weil wir ein Abkommen mit Harganev haben, oder was? Ja, aber wir hatten doch vorher schon... Also, naja. Ah, die sind im Krieg mit dem Züchterclan. Ah, ich verstehe. So, was ist mit euch? Ah, die Beziehungen verbessern sich weiter. Sehr gut. Das verbessert sich auch. Sehr schön. Auch kein Handelsabkommen? Mann, oh. Ich will mit denen was machen. Ja, aber verbessert sich auch. Das ist gut. Wie gesagt, der Kampf gegen die Zwerge lohnt sich auf jeden Fall. Der Gestalt. Okay, Nagarond. Schade, aber immerhin. Es war eine moderate Chance. Was mit euch? Okay, Meinung verbessert sich auch. Was mit euch? Meinung verschlechtert sich immer weiter. Warum? Wegen Harganev. Ah. Was seid ihr denn für ein komischer Haufen? Seuchen-Clan. Nein. Ja, I refuse. Haltet euer Maul. Mit denen können wir auch nichts machen. Das ist ja wirklich... Ja. Ja, ja, ja. Halt die Klappe. Ihr seid stärker an 13. Wir haben euch ziemlich runtergekloppt. Naja, gut. Egal. Okay. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte haben wir als erstes Mal. Oh Gott. Das wird noch so eine Riesenfront werden hier. Uff, 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 uff. Was ist denn hier los? Ah. Die haben irgendwie eine komische Zusammensetzung an Truppen, wie ich finde. Aber egal. Zarion, der Blutdrache. Was könntest du denn hier noch bekommen? Rote Wut. Oh. Das gilt auch für die Verbündeten. Ja. Awesome. Her damit. Hellmann Ghost. Was kriegst du denn Schönes? Ähm. Aura der Überlegenheit, würde ich sagen. Fangen wir mal mit sowas an. Dann, ähm. Was hier noch Kommandant nicht bewegt. Ah, ich hab Vlad ja noch gar nicht bewegt. Nice. Hehe. Ähm. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Räumen wir mal auf. Hihihi. Tschüss. Boah. Oh, das rauben wir erst mal aus. Danke für die Knete. Das nehme ich gerne mit. The world will drown in blood. Very well. It is done. Awesome. Und du kannst dich sogar noch mal aufheilen. Hahaha. Oh, ist das geil. Oh, das wird, das wird einfach nur schön. Ich werde das so genießen. Okay. Mit der ganzen, äh, neu verdienten Kohle bauen wir erst mal Schloss Tempelhof aus, würde ich sagen. Ich bin einfach paranoid. Ich will immer gute Verteidigung haben. Ah, der rote Herzog. Hehehe. Hehehe. Hahaha. Mach ihn weg, Alter. Mach ihn einfach nur sowas von weg. So. Auf Nimmerwiedersehen. Hahaha. Ja, bringt sie allum. Geht doch. Brav gemacht. Ja, ich würde mal sagen, er guckt mal, dass er relativ schnell dann hier wieder zurückkommt, weil es könnte sein, dass wir demnächst hier Ärger haben, weil die sammeln wieder neue Truppen. Es ist einfach, wir brauchen hier immer eine Armee, die irgendwas abdeckt, weil ansonsten ist das völlig sinnlos. Was ist jetzt hier, warum kann ich Musil... Ah, Bordelow könnte ich ausbauen. Aha! Na, guck mal einer an. Was gäbe es hier noch? Oh, mehr... 2000. Können wir doch irgendwo Geld schnorren? Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Naja, war ja nur eine Frage, äh, Kemri. Naja, okay. Mehr, mehr ist diese Runde nicht zu holen. Okay, das heißt, äh... Ah, Nikola Hellnig. Ja, dann kümmer dich doch mal um den hier. Oh, Züge... Der Stufe 40! Ach, du Scheiße. Ja, kein Wunder, dass das nix wird. Aber hier demnächst... Hier haben wir doch demnächst noch ein mögliches Ziel, oder? Ach, der ist ja nur Stufe 22. Na dann. Können wir im Schloss Tempelhof noch irgendwas bauen? Ah, nichts wirklich Sinnvolles, na gut. Ne, Rebellion. Ja, klar. Natürlich. Und... Hier haben wir demnächst auch noch eine. Ja. Okay, Zarion hatte sich ja das hier schon geholt. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Ja... Beenden wir mal die Runde, oder? Ah, wartet mal. Wir haben ja jetzt zwölf Blutküsse. Richtig. Da können wir doch jetzt hier was machen. Was ist das hier? Verstärkungsrate, alle Armeen, mehr öffentliche Ordnung. Ähm... Das wäre mehr Kampagnen-Sichtfeld. Weniger Vitalitätsverlust. Weniger Unterhalt für alle Helden. Das ist ja natürlich auch ziemlich geil. Ich würde fast sagen, wir machen erstmal die Karsteins voll. Und dann würde ich sagen... Beenden wir mal die Runde. Ah, den hier. Genau. Da wollte ich ja auch noch, dass der da runter geht. Aber der kriegt das, glaube ich, noch hin. Also nächste Runde sollte dann da unten angekommen sein. Ich trinke da mal wieder ein Schlöckchen. Ähm... Ich werde mal auch gucken, ob man hier in den Einstellungen noch die Kamera irgendwie anmachen kann. Äh... Okay, Helden nochmal. Da, 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 da. Verbündete Fraktionen. Okay. Ne, scheint ja... Scheint ja zu funktionieren. Okay. Mhm. Keine Ahnung. Ist auch egal. Aber mal sehen, wie das dann jetzt noch weitergeht. Das haben wir auf jeden Fall wieder Rebellion. Das ist wieder so typisch. Das ist einfach typisch. Wir haben Vampirfürsten. Die haben ständig Rebellion an der Backe. Und auf sehr schwer haben wir auch noch einen Malus auf die öffentliche Ordnung. Und ich glaube, erst jetzt dadurch, dass wir die letzte von Karstein Linie erweckt haben, haben wir diesen Malus überhaupt mal ausgeglichen, was unsere Schwierigkeitsstufe angeht. Ich glaube, das waren minus vier oder minus fünf insgesamt. Das ist dann schon ziemlich kacke. So, Prösterchen. Karas a Karak. Ähm. Ja. Wird auf jeden Fall dauern, glaube ich, bis die sich erholen. Oh Gott. Ja, Garnison angreifen. Unbedingt. Er greift andauernd Garnison an, die er überhaupt nicht angreift. Bis dahin haben die sich längst wieder erholt. Aber gut, von mir aus sollen die leveln. Ist doch egal. Kostet sie ja ihr Geld. Es würde mir viel mehr auf den Sack gehen, wenn sie Gebäude beschädigen würden. Aber das tun sie offensichtlich nicht. Ähm. Intrige des Untergangs. Aber doch hoffentlich nicht bei mir, oder? Okay, Puppenspieler. Okay, Moment. Wir haben im Land der Trolle. Ja, natürlich. Loll. Ah, wir kriegen jetzt... Ah, wir kriegen jetzt Skaven-Rebellion, weil die Skaven-Korruption so hoch ist, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber... Ähm... Was ist das jetzt hier? Rot auf... Ah... Ja, hallo? Ihr seid ja lustig. Ja, tut mir leid. Das kann ich nicht tolerieren. Ich mach euch gleich mal weg. So. Tschüss. Also, äh... Ja, hier, komm. So, Hönisch-Knochenbrecher ist weg. Und... Ja. Dann gehst du halt hier wieder zurück. Ist ja wurscht. Okay, das war das eine. Ähm... Manfred, was war jetzt mit dir noch? Ach. Ich werd langsam echt ärgerlich mit denen. Du machst die jetzt bitte demnächst mal weg. Das krieg... Da kriegt man ja einen Vogel dabei. Das gibt's nicht! Da kriegst doch... Da kriegst doch jetzt wirklich... Da kriegst doch Haare auf den Zähnen. Oh, Gott. Ihr... Ihr schiebt das Unvermeidliche doch nur hinaus. Ihr... Ihr könnt euch nicht retten. Vergesst es. Ich lass das nicht zu. Aber naja, gut, egal. Ähm, guck. Ich wusste es. Es war so klar. Es war so verdammt nochmal klar. Äh... Isabella... Ah, ne, warte mal. Roter Herzog. Ach, Gott. Es war so klar. Sie schaut auch mal, dass sie, äh... Schnellstmöglich wieder zurückkommt. So. Wer ist das hier? Attentats zu unwahrscheinlich. Okay. Ich muss dir... Irgendwie muss ich die woanders... Woanders leveln, die Bench. Hier, das wird so nix. Oho, was ist denn hier passiert? Sag mir bitte, dass du den kriegst. Das wäre... Das wäre halt optimal. Oh, jetzt kriegst du den... Ach, Gott. Jetzt kriegst du den gerade nicht. Na gut. Ähm. Du kriegst den gerade nicht. Das ist doch zum Mäuse melken. Ähm. Hm, hm. Ah, das liegt jetzt wieder nur am Geld. Warte mal. Vielleicht können wir ja noch mal... Beziehungsweise... Warte mal. Wenn Helmand gohst. Der braucht ja nur noch... Genau. So. Ah, perfekt. Wundervoll. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch braucht hier. Vier Runden braucht's. Na gut. Ähm. Hm. Habe ich hier schon was gemacht? Ah, hier wird gebaut. Hier ist schon... Ja, das... Das wird auf jeden Fall dauern. Die kommen... Die können das... Die können das nicht sofort erledigen. Ähm. Hm. Genau. Der Rote Herzog soll sich dann nur bitte beeilen, dass er da möglichst noch rechtzeitig hinkommt. Gut. Ähm. Hm, hm. Altdorf. Was können wir in Altdorf machen? Wie lange braucht das noch? Bis zum Überschuss? Es braucht sechs Runden noch. Na, das geht ja noch. Dann... Und zugewissene Fähigkeitspunkte. Der Rote Herzog kriegt jetzt erst einmal Ehre oder Tod. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Und, äh... Genau. Das ist doch super. So. Der ist also demnächst dann auch wieder Full Heal. Schloss Tempelhof. Können wir da noch irgendwas bauen? Eigentlich nichts mehr, was sinnvoll wäre in dem Sinne. Außer vielleicht ein Galgen, aber das ist ja blöd. Neue Forschung ist verfügbar. Schön. Zauber des Nagash. Äh... Vampirische Wiederbelebung. Ja. Zauber des Nagash. Acht Runden, das geht. Das ist nicht so viel. Und... Diplomatisch können wir da noch irgendwas machen? Ah, danke für die Kohle. Wir gehen wieder mal nach der Gesinnung. Ich habe Rechte, um zu leiden. Ne. Luther, ich kann nicht garantieren, deine Sicherheit zu sein. Das schmeckt fischig. Gut, dann nicht. Ich kann nicht garantieren, deine Sicherheit zu sein. Es ist besonders von mir. Ja, ja. Leider nicht zerspendabel, der Mann. Tilla, mach mich nicht in deinen Sylvanian-Schwurbeln. Suche Insignificen sind mir geboren. Das ist in mir. So, Camry. Ja? Fickla, das ist nicht so. Kippe deinen Kopf ab. Kippe deinen Kopf ab. Kippe deinen Kopf ab. Okay, nix Neues. Grimgorg. Du kamst für Grimgorg. Wie gesagt, immer gucken, ob man sich durchschnorren kann. Dass die einfach nicht wollen, das verstehe ich nicht. Höchst paranoid. Ja, ist ja okay, aber ich meine, es verbessert sich doch die ganze Zeit. Talsin mag mich sehr gerne. Die wollen einfach ums Verrecken nicht. Beschlechtert sich. Hm. Clan Eschin. Ja, es ist schade. Das geht alles sehr langsam voran. Das ist mit euch. Naja, okay. Vergesst das einfach. Wir beenden mal die Runde. Ah, okay. Das haben wir jetzt gleich erledigt. Oh. Oh, da ist aber viel kaputt gegangen. Das ist aber nicht von mir. Irgendwie kriege ich immer gute Laune, wenn ich der Emanuele Posner so zuhöre. Was soll eigentlich der Blödsinn hier? Sag mal. Könnt ihr nicht einfach in unser Gebiet latschen? Was zum Teufel soll dat? Naja, gut. Mal sehen, was noch kommt. Harganev tut Dinge. Der Seuchen-Clan. Ich weiß auch nicht. Ich weiß bis heute nicht, wo die auf der Karte genau verteilt sind. Weiß ich nicht. Mit Clan Eschin wäre natürlich schön, wenn wir langfristig was aufbauen könnten. Allein schon, weil die so wahnsinnig stark sind. Ich weiß auch bis heute nicht, wo... 60 Siedlungen. Wo sind die alle? Ja, Mauern beschädigen ist super. Oh, wir haben wie in einem Tunnelnetzwerk abgefangen. Das ist natürlich tragisch, meine Lieben. Das ist natürlich ganz tragisch. Hä. Ja. Ich sage nur R-I-P. RIP. Danke für die Kohle. Ja. Barthammer. Verursacht Entsetzen beim Kampf gegen Zwerge. Das ist gut. Was macht der Trock bei mir? Irgendwie finde ich das komisch. Die plündern da oben immer noch. So. Moment. Wo? ist es diese Scheiß-Kriegshärte des Chaos? Alter, mich macht das langsam so ein bisschen sauer, um ehrlich zu sein. Jetzt mal im Ernst. Wo... Wo sind die hin? Die können sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Was soll der Blödsinn? Naja, gut, egal. Ähm... Ich würde sagen... Zuffbar oder Grottenfestung? Zuffbar. Nochmal erobern und dann abreißen. Au. Ist aber wehgetan. Nochmal ausrauben. Ah, nee, nee, nee. Reiß die Kacke ab. So. Geht doch. Du könntest dir ja nochmal was rekrutieren. Jetzt lass mich mal überlegen, was könntest du denn brauchen? Brauchst du eigentlich nicht mehr viel, gell? Vielleicht nochmal Verfluchte hier. Mit Zweihandwaffen. Nochmal was Panzerbrechendes. Was ist denn mit dir? Ähm... Wenn du noch hier hingehst... Ja, ist halt die Frage. Oder ich schicke ihn raus. Ich bin mir halt echt nicht sicher, wo ich jetzt hin soll. Ich meine, gut, die Tiermenschen per se sind jetzt keine Bedrohung mehr. Also die sind ja quasi tot, aber... Ja, gut. Muss sich halt beeilen jetzt, ne? Gut, ähm... Hellmann. Ja, ich würde sagen... Hellmann, geht mal nach oben. Um mal bei Gelegenheit... Um mal bei Gelegenheit hier Mordheim sich zu holen. So. Was haben wir dann hier? Geh mal runter hier. Okay, du bist gleich bei Gnaschraxburg. Das ist sehr gut. Kannst du dir hier was holen? Ja, Hallöchen! Und ob du dir da was holen kannst, ähm... Bin grad fast am Überlegen. Hol dir mal das hier. Und hol dir das hier. Und hol dir das hier. So. Dann schmeißen wir die Skelette hier raus. Und geben dir stattdessen noch mal... Ich glaub, Kavallerie. Ist das Beste. Genau. So. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Dann... Gucken wir jetzt mal hier drüben. Was ist hier los? Hä? Hallo? Was soll das mit dem Trock? Ich bin ein bisschen misstrauisch. Aber wo ist... Wo sind die hin? Haben sich die Hochelfen wieder zurückgezogen? Anscheinend. Ähm... Okay. Ähm... Dann gucken wir jetzt grad mal bei den, äh... Weltenwandlern. Äh, okay. Aber unsere Beziehungen verbessern sich. Das ist schon mal gut. Gehen wir mal wieder nach Gesinnung in der Diplo. Okay, gut. Die können kein Geld erübrigen. Nein, natürlich wieder nicht. Der Typ ist wirklich behimmert. Nö. Time for money allenfalls, aber wollt ihr auch nicht. Äh, Akademie der Pyrotechnik. What about you? Dark days indeed, when vampires come to pay social calls. Hm. Kann es sein, dass es mit unseren... Mit unseren, äh, Freunden so ein bisschen bergab geht? Könnte das sein? Ähm. Die halten hier irgendwie eine Festung. Hm. Ach ja, Isabella. Weißt du was? Du wirst mal bei nächster Gelegenheit Charaktieren kaputt machen. Hier, du plünderst. Ja, ja, ist sehr gut. Ja, gut. Prinzipiell ist ja da nicht viel zu... Viel zu holen, würde ich gerade sagen. Huf. Ähm. Ja, gut. Ich meine, nochmal Vager ist, äh, nochmal Panzer brechend. Da sage ich nicht nein. Danke sehr. Nehmen wir alles gerne mit. Ähm. Damit wir im nächsten Zug das auf jeden Fall kaputt kriegen hier. Oh, das ist ja super. Das freut mich. Und... Ja, gut. Warte mal. Wie viel Unterhalt kostet ihr? 360. Ah, das können wir uns gerade noch so leisten. Das ist gut. Warte mal. Gehen wir mal auf unsere Aufträge. Blutkelch der Bartur. Ah. Ja, das sollten wir eigentlich problemlos hinkriegen. Dann machen wir doch noch schnell diese Quest-Schlacht, bevor wir weitermachen. Gucken wir gerade mal, was ist das denn hier? Äh, naja. Ziemlich mittelmäßiger Scheiß. Sollten wir problemlos hinkriegen. Gut. Dann auf geht's.